Hallo und willkommen zurück zu Sonic Advance 1, immer noch auf der Suche nach den Chaos Emeralds. Wir sollten versuchen immer oben zu bleiben. Ja. Gut, wir sind glaube ich auch schon gleich da. Ja, hier ist das. Hier ist das, alles klar. Die Schüche. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ja, da war gerade Dreirat und hier ist es auch schon. So. Aber was soll's. Ich springe erstmal und dann mache ich den Emerald State. 90 Ringe. So, dann wollen wir mal. So weit, so schlecht. So weit, so schlecht. Ja. So, es läuft. Nicht gut. Nee, das war nix. Nochmal. Das müssen wir nochmal tun, denn wir hatten nicht genug Ringe. Ja. So. Gut. So weit, so weit ist alles super. Nice Technik. Ah, vier Ringe haben gefehlt. Los, jetzt nochmal. So, drittmal schaffen wir's jetzt. So. So. Es läuft gut. Ich konzentriere mich auch schon. Nein. Hätten wir den Ring noch bekommen, dann hätten wir's geschafft gehabt. So haben wir's leider nicht geschafft. Also nochmal. Das ist nicht mehr einfach. Das ist nicht mehr einfach. Aber, das muss ja auch noch machbar sein. Deshalb schaffen wir's jetzt. Und, hm. So. Nein, warum nicht? Wieder nicht. Nochmal. So. So lange, bis wir's schaffen. So lange, bis wir's schaffen. Und wir haben's jetzt zu schaffen. 45 haben wir's. Leider um 40. So. Wieder nicht. Aber wir haben's diesmal so geschafft. 94 haben wir. Und jetzt kommt 180. Ich wette mit euch. Ich wusste es. Ich hab keine Ahnung, wie die Ringe jetzt kommen. Und. Die Frage, bleibt der jetzt bestehen? Schaffen wir's oder schaffen wir's nicht? Bislang sieht's noch recht gut aus. Das haben wir allerdings nicht bekommen. Nein, da haben uns 12 Ringe gefehlt. Noch mal. Also, am besten wär's, wenn wir beide Großen Ringe bekommen würden. Aber muss man zu dem richtigen Zeitpunkt den B-Knopf drücken. Zeitpunkt und ich passen nicht. So. Wieder nicht. Ach, ein Ring diesmal. Nein, 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 nein. So. Nochmal. Oh je. So, oben. So. 41. 42. Das war nichts. Das war nichts. Jawoll. Okay, 97 Ringe haben wir Das ist gut, wir kommen weiter Mal wieder 180 Ringe warten nun auf uns So Sieht gut aus 145 besitzen wir bereits 152 Ja Ah, 5 Ringe haben uns gefehlt Das gibt's doch nicht So Werden wir alle Ringe bekommen diesmal Also schonmal nicht Aber es kann ja noch alles gut gehen So Hier Ich konzentriere mich wirklich So So, jetzt haben wir 103 Ringe 103 Wenn wir das jetzt nicht schaffen Dann Weiß ich auch nicht So 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 150 haben wir bereits Nein Das gibt's doch nicht 155 Nein Mann Nochmal Das muss jetzt gehen 50 Ringe So 50 Ringe Ach Die haben wir nicht bekommen Die haben wir nicht bekommen Okay, wir haben gerade so 90 Ringe Das wird jetzt eng Mh Hm So So Gut 150 163 63 auch nicht 165 75 nein jetzt schaffen wir es jetzt habe ich ein gutes Gefühl das mich gerade verlassen hat oh je du sollst die Ringe nicht ausweichen jetzt du sollst sie einsammeln ja 98 Ringe so 180 brauchen wir jetzt jeder Ring zählt so jawohl wir haben es geschafft Freunde wir haben den nächsten Chaos Emerald hat ja auch lange genug gedauert und wir bekommen den Beißen oh je ne bitte was was habe ich denn jetzt verpasst irgendwas stimmt hier nicht wieso haben wir jetzt kleinen Moment Freunde aha ich habe gerade nochmal nachgesehen und es gibt tatsächlich im ersten Akt der Ice Mountain Zone auch ein Trampolin was ich natürlich nicht wusste das heißt jetzt ich werde den Level erstmal beenden nicht fallen nicht fallen ich wusste es oder ich lasse mich jetzt abbringen abbringen umbringen meine ich und gehe dann in Ice Cap Zone 1 werde mir dort treffen ja also ich werde es jetzt so machen ich werde mich jetzt umbringen lassen und wir sehen uns gleich in Ice Mountain Zone Akt 1 wieder bis gleich so Freunde da bin ich wieder ich hoffe jetzt nur dass die Chaos Emeralds auch gespeichert werden wenn nicht dann habe ich mal eine richtige Arschkarte so und wir sind auch schon gleich da nämlich hier oben reicht nicht dann halt ach man hat genau gereicht so und jetzt 80 Ringe gut mal gucken wie wir hier klarkommen das war ja mal eine schwache Leistung was zum nice Technik au was ist denn das war mies das war so mies nochmal so 80 Ringe das war ja mal d das war ja mal sehr das war ja mal